Herr Jesus, danke, dass wir heute hier zusammen sind und für das lecker Essen, das du uns auf den Tisch gestellt hast. Es wird bestimmt gut schmecken. Amen. Und du glaubst also an Jesus und so? Klar. Und was macht er so in der Gruppe? Also, die meisten Kirchen glauben ja, dass sie Jesus folgen, aber eigentlich haben die die Message gar nicht so begriffen. Und für uns ist die Hauptsache, dass wir so leben, wie er es vorgemacht hat. Und dass wir auch Leute mit Jesus zusammenbringen, die sonst nicht in die Kirche gehen. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt tun soll, aber bestimmt bekomme ich ja noch ein Zeichen. Wie sieht das aus, so ein Zeichen von Jesus? Genau, weiß ich nicht. Das spüre ich dann schon. Hast du noch Angst vor der Hölle? Nee.